So, Freunde der Charttechnik, ich habe noch ein früheres Chartquiz aufzulösen. Es ging um Joby Aviations im Wochenchart. Die kam von weit oben, war jetzt immer noch ein Abwärtstrend, Schritt 1, Schritt 1, immer die Preis-Action. Und wir sehen hier tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Das wurde mal kurz hier verletzt und jetzt sieht man die Aktie eigentlich bei dem Versuch, eine Konsolidierung zu machen. Und die geschulteren Augen erkennen hier sofort auch eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit der Nackenlinie hier drüber. Also, ja auch von der Preis-Action her riecht es schwer nach einer Bodenbildung. Das ist Schritt 1 und Schritt 2 ist immer das Volumenbild. Und hier ist das ein bisschen indifferent. Was aber auffällt, ist, dass diese lange rote Kerze hier nicht wirklich viel Aktivität zeigt. Und diese letzte Abwärtsbewegung hier auch sehr mager ausfällt, während diese zwei grünen Kerzen hier jetzt schön anziehen. Also, von der Aktivität her auch eher das Volumenbild in Richtung Bullish. Also, wenn ich short wäre, dann würde ich hier, würde mir hier schon mal die Hose gehen. Und weiter ging es dann so, dass es tatsächlich zu dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation kam. Und wir sehen hier, es ist deutlich ansteigende Aktivität in den Umsätzen. Das heißt, hier sprechen sowohl Preis-Action als auch Volumenbild dann für anziehende Kurse. So, kurz und bündig, das war's. Das nächste Chart-Quiz folgt in Kürze.